Deswegen, heute ist der 18. Sind einige Internetseiten, wie zum Beispiel Minecraft, Net oder Wikipedia, das englische Wikipedia, heute deaktiviert. Das heißt, man kann nicht auf die zugreifen. Ich finde das sehr gut, dass sie das machen. Ich habe gehört, Google wollte das auch machen, aber ich glaube eher nicht dran, weil... Das wäre ja nur... Also stellt euch mal einen Tag ohne Google vor, da würde keiner mehr was finden. Das geht gar nicht. Also nee, will ich nicht. Nee. Nee, also ohne... Nee. Äh, äh. Ja. Hm. Egal. Joach, Timo. Wäre jetzt mal schön, wenn du wiederkommst. Egal. So. Mein Inventar ist auch ganz schön voll. Ähm. Haben wir irgendwas... Die brauchen wir eigentlich nicht. Ich hau die mal weg. So. Joach, schöne Musik, ne? Also ich finde die eigentlich ganz cool. Äh. Jetzt muss ich... Ja. Das ist nicht schnell. Oh, doch. Cool. Höh. Also ich finde, bei der Musik hört sich das irgendwie so falsch an. Das hört sich so falsch an. So, als ob da jetzt gerade zwei Musikstücke übereinander wären. Hallo. Hallo. Na, jetzt geht's. Auf dem, auf dem Server ist das immer schwierig, äh. Oh. Hm. Hilfe. Hallo. Hallo. Na, egal. Ja, wir haben, äh. Die Tage auch mal, ähm, wieder an unserer Let's-Show-Welt gearbeitet. Ja, die existiert. Und da arbeiten wir auch drauf. Aber schon so einiges gebaut. Allerdings muss man dazu sagen, da wird bei uns nur gescheatet, weil es uns in... auf der Welt jetzt wirklich nur ums, ums, ähm, Bauen geht und nicht ums, ähm, Überleben. Einfach so, ja, mal was anderes. Jetzt haben wir Animal Crossing. Hier kommen ja echt gerade nur neue Lieder. Das ist ja schön. Sag mal, wem laberst du jetzt hier einen Knopf an der Backe? Ah, ja, dir natürlich. Achso, okay. Ah. Lässt ihr mich einfach hier im Stich, ey? Ja, Entschuldigung. Nun, jetzt muss ich mich wieder umstellen, dass du dabei bist, ey. Sitz, sitz. Na, egal. Boah, da leckt so, ne? Ah, stopp. Huch. Ja, okay, da bist du schon. Rede gleich. Ich glaube, ich mach mal die... Ich weiß nicht, ob die Musik... Aber mal so eine Zwischenstation bauen. Ja, noch nicht. Die Zwischenstation, die kommt ja da beim, ähm... Haltung. Beim Dorf. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich eine Karte hatte. Genau. Wie die U-Bahn. Ha. Ha. Ist das witzig? Nee, eigentlich nicht. Ah. Hm, wie mach ich... Ja, egal. Oh. Oh. Ah. Okay. So, ah, schon wieder Nacht, ey, ich glaub's ja nicht Was gab's denn grad so wichtiges, Timo? Also wirklich Wir sind jetzt schon im zweiten Part Und gleich ist dieser auch zu Ende Wenn wir, ja, wir machen noch 10 Minuten folgen, glaub ich Erstmal Mal gucken Oh, und den, 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 den Oh, das könnte, das könnte bossen tun Obwohl, nee, fangen wir lieber hier an direkt So Timo sagt doch jetzt auch mal was, Mensch Hallo Okay Mein Name ist Timo Ja, hallo erst mal Ja, ich weiß gar nicht, ob sie so wussten Aber Nur so Aber nur so Halt, stopp, Timo, das geht aber nicht Was, äh, wie baust du jetzt da weiter? Ah, okay Denk mir gleich durch Pures angucken, gehen die Steine kaputt Aber irgendwie wird da nicht wehen Ja, das Befürchte ich leider auch Guck grad, wo wir sind Hast du gerade mal eine Windbench? Weil ich hab gar nicht Lust, nach oben zu laufen Ne, ich hab keine Ich brauch auch das Holz Also, Braun, also du bist jetzt gerade hier, äh Knapp unter dem Wasser Ein, her, weg Ich seh das nämlich, weil da auch ein Wassertropfen Und setzen wir die Fackel aber da hinten Ich hab keine Fackel weggenommen Ja, jetzt vielleicht kommt hier Wasser rein, Achtung Ja, ich bin hier oben in Sicherheit Sag ich doch Warte, wenn meine Fackel destroyed, der Arsch Ach, so ein A Ach, hier wollte ich eigentlich ein Fenster machen Aber egal, kommt später Oder gar nicht Wahrscheinlich eher gar nicht Ey, wo kommt das Wasser her? Aus meinem Inventar Deinem Hintern Ne Da kommt für gewöhnlich kein Wasser raus Ah, ey, das ist doch mal Ah Was ist denn? Also, heute ist es aber nicht so schön mit dem Server War also Das ging schon mal besser Ja, Wartungsarbeiten Mh Ey, kommt doch überall Ich setze ein Fackel auf den Boden Kommt Wasser raus, Fackel weg Ja, du siehst doch, wo Wasser rauskommt Meine Güte Ist doch nicht mein Tag Huh, Monkey Island Ganz viel Wasser, ne? Und ein Schaf Ja Ja Wollen wir jetzt gerade haben überlegen, worüber man mal reden könnte Aber mir fällt spontan auch nichts ein Minecraft Ja, das ist eine super Idee Okay, dann fang mal an. Joa, meine Musik ist so laut, damit fang ich erstmal an. Oh man, ey Timo, das kannst du doch nicht bringen, ey. Das stimmt. Irgendwann töte ich die Minecraft. Gelöscht das Internet, hab ich beschlossen. Ja, das möchte ich sehen. Aber denk dran, dass du einen Copyright-Hinweis dazu schreibst, ne? Ach ja, stimmt. Nein, nein, brauche ich ja gar nicht. Na, ist immer besser. Frag vorher den Herrn Granz in den Kopf. Herr Gratz, meine ich. Geht das alles? Ey, das ist so kacke, warum... Ich will nur gleich alleine weiter, ey. Ich gehe vorhin. Oder du hast da? Ach, ist das spannend wieder, Alter. Das ist so spannend, ey. Das ist so spannend, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Meister, da kannst du eine... ...Kuh beim Wachsen zugucken. Das ist spannender. Das werden Wachsenkühe. Also ich... Ich hab ja gedacht, Kühe kommen aus der Erde. Hä? Ja, ich hab ja gedacht, Kühe kommen aus der Erde. Ja. Normalerweise, aber nicht in Minecraft. Wollten ja mal so eine Special-Folge machen. Ne, weißt du wieder, welche ich meine? Ne. Mit dem, äh... ...was wir auf dem Let's-Show-Server... ...gemacht hatten. Ne, keine Ahnung. Und wenn, dann würde ich jetzt nicht darüber reden. Hey, ist ja ein Special. Hey. Aber lustig. Ich hab nämlich gerade auch über den Let's-Show-Server geredet. Als du nicht da warst. Bam, bam. Mein Gott, dann haben wir schon gleich wieder fast eine halbe Stunde rum. Ist ja unglaublich. Kann mir jetzt gar nicht so vor. Der Block nervt mich. Ist hier schon Wasser? Ne, zum Glück. Boah, das passt ja super hier, ey. Sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Oder? Okay, ich nimm das als Nein. Ach, ist ja geil. Ja, und mittlerweile sollte ja auch der erste Part von Timo's Skyrim-Let's-Play draußen sein. Und ich bin gerade im Überlegen, vielleicht auch schon meins. Aber nee. Nee, ich glaub noch nicht. Weiß ich nicht. Hö. Bin mal gespannt, wie das wird, Timo. Klasse. Ja, wird sowieso gut. Alleine, weil ich das mache. Ja. Und mal wieder Zelda hier. Und Eisen. Ganz schön viel Eisen. Find ich ja gut. Boah, ich geh auch nicht zufrieden. Boah, was ist das denn? Was denn? Wie geht das denn hier gerade ab? Mich nervt das ja, dass diese schäbigen Wassertropfen von der Decke kommen. Wir buddeln jetzt gleich einfach ein runter und machen eine Decke zusammen. Du bist jetzt sowieso unterm Wasser weg gleich. Eigentlich bist du schon unterm Wasser weg. Ziemlich genau hier, wo du bist, kannst du gleich nach oben gehen. Nee, kannst du nicht, du musst unten bleiben. Aber da kommt kein Wasser mehr. Lass mal die Kohle mit hier. Binne. Was? Binne. Wo? Wah! Wah! Ach so. Wah! Wah! Ja, ich habe mich gerade gewundert, wo das Wasser herkommt. Jo, ich glaube, das kann man anbieten. Wah! Mein Gott. Blöder Block. Block. So. Oh, nee, noch nicht. So, jetzt aber. Ja, ich bin mal echt gespannt, wann der Paddy endlich wieder ihr Internet hat. Kann ja noch ein paar Jährchen dauern. Bei der Firma, dessen Namen man nicht sagen darf. Oder wir jedenfalls. Wollen wir mal gucken. Moin. Moin. Ach ja. Ja, so ist das. Joa. Ich hoffe, ja. Ich kann heute, heute kann ich ganz gerne mehr aufnehmen. Ich muss das morgen machen. Ja, morgen hast du auch lange Zeit. Boah, wir haben ja morgen ja wohl das. Ja, also, also. Boah, boah. Eins, zwei, drei, vier. Dann habe ich, äh, vier. Freitag will ich erst mal warten, ne? Äh, wenn's Freitag der 20. ist, ja. Ja, wenn heute 18. ist, morgen der 19. ist das wohl Freitag, der. Ja, das kann gut sein. Unmöglich. Blöck, blöck, blöck. Sechs, so. Blöck. Eins, zwei, drei. Oh, oh, oh. Eins, zwei. Jawohl. Oder eins, zwei. Meine Güte, ey. Eins, zwei. Ja, so passt das. Was laberst du denn, ey? Ich laber eins, zwei, drei.